Karrig zu beschreiben, heißt im Grunde genommen, Wohntheater zu beschreiben. Das heißt, wir sind eine Komposition aus verschiedensten Theaterszenen. Wir inszenieren uns nicht nach Möbelwelten, nach Funktionen, sondern wir machen einzelne Szenen auf, die in ein gewisses Milieu reinpassen. Typisch sind zum Beispiel die Hunde, die wir vorn drin haben. Das heißt also, das Überhöhte, das Überzogene. Drüben ist ein Rockstar-Milieu mit den Geissens geplant, also sehr unterschiedlich. Die Fans und die Kunden, die reinkommen, sagen, bei euch ist es halt anders als auf anderen Ständen. Bei euch ist es immer Party, gute Stimmung, eine Bar, wo abends auch die Post abgeht. Und das ist der Unterschied.